Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Kochnews-Sendung. Wie gewohnt habe ich einige Neuigkeiten für dich im Gepäck. Wir haben unser Sortiment an schwarzen Türen und Fensterbeschlägen erheblich erweitert. Einfach, schnell in Betrieb genommen und robust. Das ist das mechatronische Zutrittssystem KESO Smart Air. Endlich auf der Baustelle Freitüren schnaufen. Der neue Luftreiniger von Festool macht es möglich. Schwarze Beschläge sind unserer Ansicht noch schon lange kein Trend mehr, sondern schlichtweg Standard und werden so schnell auch nicht mehr verschwinden. Aus diesem Grund erweitern wir fortlaufend unser Sortiment und ergänzen bestehende Artikelserien durch matte-schwarze Farbtöne. Eine von diesen Ergänzungen betrifft unsere eigene Fensterbeschläge-Serie Meribel von Hoppe. Fenstergriff, Hebeschiebtegriff, aber auch die Rosette kommt jetzt im Farbton RAL 9005 tiefschwarz über. Somit harmonieren die ideal mit der Titan AF-Bandseite von Sygenia. Aber das ist noch lange nicht alles. Zusätzlich kommt jetzt auch die gebräuchlichsten Objektbänder von Simons Werk aus der Serie Variante V, VN und VX in RAL 9005, direkt ab unserem Lager rüber. Und wir setzen nochmal einen drauf. Denn bei Koch denken wir solche Projekte immer fertig. Bei uns kommt die brandneue Spaxplex Universal-Schraube rüber. In einem kräftigen metallischen Schwarzfarbton ab der Grösse 3x16 bis hin zu 6x50 mm. Darum kannst du sichtbar verschraubte Beschläge optisch ansprechend anbringen. Ohne dass die paar silberge Schraubenköpfchen auf dem Türband anschauen. Die Kaba Elustar und die Gemini S haben uns über Jahrzehnte hinweg begleitet. Mittlerweile stehen uns moderneren Technologien zur Verfügung. Darum sind die Artikel auch schon vor längerer Zeit abgeründigt worden. Ende Dezember 2024 ist Schluss mit den Gemini S Produktlieferungen. So wie auch mit dem Elustar Reparatur- und Nachschlüsselservice. Als Alternative zu Gemini S empfehlen wir dir das Kaba Star oder 20 System, das du ebenfalls mit Rund- und Profilzylinder kombinieren kannst. Als Nachfolge zum Elustar hat hier man Kaba System Evolo mit der wartungsfreundlichen und zukunftsorientierten RFID-Technologie im Angebot. Brauchst du Unterstützung beim Migrationsprozess in ein neues System, dann stellen wir dir selbstverständlich sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und sagen gemeinsam Adieu! Elustar und Gemini S. Sobald ein Zutrittssystem mechatronische Komponenten beinhaltet, dann rümpfen sehr viele Verarbeiter die Nase. Klar, Montage ist vielfach aufwendiger als bei einem rein mechanischen Zylinder. Aber es gibt auch sehr einfache Systeme. Eins davon nennt sich Smart Air von der CESO. Smart Air bietet dir Türbeschläge, Zylinder, Vorhänge und Schrankschlösser sowie ein Wandlaser. Modular, voll skalierbar, leistungsfähig und kabellos. Unsere Objektberatung aus der Tür- und Verschlusstechnik freut sich, mit dir dein nächstes Projekt zu realisieren. Wie man es vom Vorgängermodell, der Mühlex Box, kennt, gibt es jetzt auch die X-Line mit einem Komplettschubkasten. Jede X-Line-Variante kann mit diesem Schubkasten bestellt werden. Der robuste Kunststoffboden hält selbst den stärksten Beanspruchungen durch Feuchtigkeit und Dreckstand. Und die modern vormontierte Schublade hat einen besonders leichtgängigen Lauf. Weiter hat Mühlex ihre Water-Varianten auf den Markt gebracht. Das Ganze gibt es mit dem 40-Liter-Behälter und einem festen Deckel. Wobei deine Wasseraufbereitungsstation trotzdem neben dem Abfallsystem Platz findet. Natürlich gibt es auch das Water-System mit einem robusten Komplettschubkasten. Quartstaub treten zum Beispiel beim Bohren im Beton auf und ist in den meisten Fällen Auslöser einer Staublone. Aber auch Holzstaub ist nicht ganz ungefährlich. Besonderes Eichen- und Buchenholz können Erkrankungen wie Krebs in den Nassen- oder Nebenhöhlen verursachen. Festool gibt jetzt Gegensteuer mit ihrem neuen Luftreiniger. Luft. Reine Luft. Die Luft ist hier so rein! Ja, ja. Er filtert schädliche Schwebestäuben aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden. So können sich die nicht mehr in der Umgebung absetzen und gelangen nicht in deine Lunge. Damit hast du weniger Reinigungsaufwand, mehr Sauberkeit und eine bessere Luftqualität. Zudem kommt der Filter in kompakten Systemer-Formaten her und ist vor allem für mobile Einsätze bestens geeignet. Zum Schluss möchte ich noch unsere Herbstaktion hervorheben. Es wird wieder früher noch dunkel und damit nehmen auch die Anzahl Einbrüche eher wieder zu, da die Langfinger den Schutz der Dunkelheit suchen. Um dich zu wappnen, haben wir einige Produkte aus dem Sektor Einbruchschutz im neuesten Kochnews-Magazin für dich zusammengestellt. Speziell erwähnen möchte ich dabei den Fenstergriff ConnectSense von Hoppe. Er erkennt zuverlässig einen Einbruchversuch am Fenster und meldet diesen an deine Smart Home-Zentrale. Und das war sie schon wieder, unsere Kochnews-Sendung. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocken aktivieren. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, tauche gut in Herbst ein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.